Jo, was geht ab? Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt ein Armboxing heute. Ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt. Ich hätte eigentlich auch noch die Goodiebox. Dafür habe ich auf jeden Fall einen Code. Checkt den unbedingt in der Infobox aus. Die ist jetzt leider nicht angekommen. Also, die kommt noch und ich wollte das Video jetzt aber schon mal drehen. Das heißt, die zeige ich euch auf Instagram, aber den Code könnt ihr sehr, sehr gerne benutzen. Alle anderen Codes findet ihr ebenfalls in der Infobox. Und ich würde sagen, wir beginnen. Ich sitze irgendwie nicht so mittig. Wir starten mit der Pinkbox. Die sieht wunderschön aus. Sie ist in so einem ganz zarten Rosé. Ja, sehr cute. Ich weiß nicht, was da draufsteht. Naked. Okay, jetzt wird es spicy. Bevor wir anfangen, vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und jetzt fangen wir an. Wow. Wow. Okay. So, wir haben die Naked Pinkbox. Was ist denn hier ein Nagisches drin? Uh, in diesem Monat wird die Pinkbox zwölf Jahre alt. Das möchten wir mit dir feiern. Und zwar mit der Let's Celebrate Edition im wunderschönen Special Design. Uh, wie geil. Okay. Dann schauen wir mal, womit wir die Pinkbox feiern. Wir haben zum einen ein vegan... Pfff. Ich habe es so gescruggelt, vegan auszusprechen, weil das so separat geschrieben ist. Und ich dachte so, was ist das? Sprachen lernen, babbel. Vegan Happy Skin Coconut Cream Cleanser. Das ist zum Make-up entfernen. Das finde ich sehr, sehr cool. Freue ich mich drauf. Dann haben wir... Ah, das sind bestimmt so Gummis. Gumm... Gummibärchen. Schöne Haut, weich Gummis. Schönheit mit... Also, Thema Schönheit. Mit Hyaluronsäure. Mit Vitamin C, Zink, Biotin für eine normale Haut. Nahrungsergänzungsmittel. Habe ich öfter schon mal genommen. Bis... Also, ich habe alle, die ich hatte, leer gegessen quasi. Habe mir aber wenig bisher nachgekauft. Was ist das für ein Scheiß-Deckel? Was für Kinderversicherungen? Hm. Riechen sehr intensiv. Habe ich nicht mit gerechnet. Hä? So. Wie viele muss man davon täglich nehmen? Okay, fange ich heute nämlich dann damit an. Ah, zwei. Och, hey, nee, nee, nee. So. Nee, wirklich nicht. Nee, wo ist denn mein Handy? Och, nee. Nicht vacuuming. Nee. Stopp. 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 Nee. Halt, stopp. Cleaning pause. Ja, genau. So. Kurz Unterbrechung. Also, die schmecken gut, aber sind ja nicht dafür da, dass sie schmecken, sondern dass sie halt dem Körper ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel hinzuführen. Ähm, ja, finde ich gut. Kann man machen, ist okay. Wir haben hier Getränke drin. Ich glaube zum Feiern für zwölf Jahre. Und zwar einmal ein Jules Moum Dry Sekt, Wein, whatever, das werde ich nicht trinken. Aber, da, oh mein Gott, das wollte ich sogar probieren. Irgendwer hat mir das letztens geschickt, weil ich so sehr auf Granatapfel stehe. Und das ist Schweppes Pomegranate. Geil, das ist einfach Granatapfel, damit habe ich keinen scheiß Flaschenöffner hier, oder? Du, ich bin ja auch so faul, ne? Ich wüsste, wo einer ist, aber da müsste ich aufstehen. Aber ich bin leider auch nicht so cool, dass ich das mit so anderen Sachen... Boah, soll ich das mal ausprobieren? Ich habe aber auch hier nichts. Ich hole Flaschenöffner. Hallo? Macht es nicht? Das ist lecker. Könnte für mich noch ein bisschen intensiver schmecken. Aber ist sehr gut. Geil, freue ich mich, dass ich das probieren konnte jetzt mit dieser Box. Gefällt mir gut. So, wir machen weiter. Das sieht aus wie Paula's Choice. Ist es auch. Paula's Choice Exfoliate Skin Perfecting. 2% BHA Liquid Exfoliant. Für all Skin Types. Ist auch cool. Das werde ich, denke ich, auch ausprobieren. Paula's Choice ist ja eine sehr geile Marke, ne? Dann haben wir hier was von Avon drin. Und zwar ein Hydromatic Shine Hyaluronic Infused Lipstick. Okay, in der Farbe Carmine. Also ich denke, das wird so ein dunkelrot-orange. Das hat innen drin so einen Pflegepunkt. Das ist eher so... Ja, wobei, doch das ist schon so rötlich-pink. Und halt drin so ein... Ich denke mit Pflege. Ja, Hyaluronic Infused. Dann ist da wahrscheinlich Hyaluron-Pflegezeugs drin. In dieser hellen Mitte. Gut. So. Dann haben wir eine Erdbeer-Peeling-Mask. Geht auch immer. Geil. Und last but not least, eine sehr, sehr hübsche Lidschattenpalette von Catrice. Und zwar The Nude Mauve Palette. Die ist sehr hübsch. Hello, Friends. Die Goodiebox kam tatsächlich noch an, bevor ich das Video hochlade. Das heißt, ich filme die euch jetzt noch eben ab. Für die Goodiebox habe ich einen mega krassen Rabattcode. Den blende ich euch einmal ein. Und packe ihn euch auch in die Infobox. Da könnt ihr einfach auf den Link klicken. Und da schauen wir einfach mal rein. Ich liebe dieses Konzept, dass das so kleine Schubladen sind. Weil man die Boxen immer danach richtig geil noch verwenden kann. Also, schauen wir mal. Wir haben den kleinen Flyer. Und dann... Uh, das sieht aus, als wäre das ein Set. Als würde das irgendwie zusammengehören. Moment mal. Das ist ja jetzt spannend. Das sind alles Produkte von Symbiosis London. Und zwar... Wir fangen mal hier mit an. Das ist ein Enlightening and Exfoliating Cleansing Gel. Also zum Reinigen mit PR und White Pionier Peel Moist. Okay. Dann haben wir... Delight Radiance Restoring Facial Serum mit Bi-Venom and Niacinamide. Wild. Ey, das ist ja geil, dass das so eine komplette Reihe ist. Dann haben wir ein Rejuvenating Gentle Face Exfoliator. Äh, ich liebe das. Und... Ultimate Resurfing 12-Hour Duo Moisturizer. Und... Ein Anti-Pollution Pore Refiner Eye Primer in... Eye Primer in Cream. Primer in Cream. Ah, Eye Primer in Cream. So. Oh Gott. Das ist ja mega geil, dass man so ein komplettes Set dann daraus bekommt. Hä, wie cool ist das denn? Ich liebe das. Ich finde das richtig geil. Okay. Okay. Das ist sehr geil. Also, Rabattcode für die Goodiebox. In der Infobox. Guckt unbedingt rein. Oh Gott, ich kann schon gar nicht mehr reden. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Und... Ihr könnt es auch gerne ausprobieren, wenn ihr möchtet. Wow. Ich sehe gerade 15 Jahre Brand News. Was ist denn hier los? Was feiern wir denn? Alles für Geburtstage. Hello, Nusi. Und Happy Birthday to us. Wir feiern das 15-jährige Jubiläum von Brand News. Und wollen das Gebühren mit euch feiern. Gut, wir feiern einfach heute Party. Wow. Warum sind hier so viele Chips? Hä? Hä? Die Marke heißt Henderson & Sons Finest Snacks Tortilla Chips. Einmal Salty Natural. Ich bin generell nicht so eine Chips-Maus. Aber wenn, dann eher mit Geschmack. Also nicht so salty. So, und dann haben wir zweimal Hot Chili Taste. Ich weiß nicht, warum zweimal. Aber die sind mir bestimmt zu scharf. Soll ich die mal probieren? Oh, riecht auch hot. Ob das riecht wie so eine, wenn du im Kino Nachos isst und die dann mit dieser Käsesauce dippst. So riecht das. Wobei das nicht krass scharf ist, aber so riecht es. Ja, lecker. Ist das okay? Das ist nicht scharf. Das ist ja super. Prima. Ja, warum auch immer haben wir das nochmal. Gut, und dann haben wir von Maxi Nutrition ein Premium Protein Bar White Chocolate Peanut. Sieht sehr lecker aus und wir wissen ja alle, Regeln gehen immer. So. Ich überlege gerade, ob das vielleicht... Oh, eww, eww. Das ist ausgelaufen. Schade. Weil ich wollte gerade so fühlen, weil das so nicht pulvrig ist, sondern so eine Masse. Aber das ist leider offen. Ja gut, das kann halt mal passieren beim Transport. Aber prinzipiell haben wir dieses Produkt. Und zwar eine Beef Taco Marinade Chipotle Chilis und Peppers. Finde ich sehr geil. Muss ich mal gucken, dass ich die vielleicht noch schnell benutze oder sowas. Dann haben wir von Just Taste. Das sind ja die, die so Ersatznudeln machen, also so aus Gemüse oder sowas. Tasty Meal Bio Azuki Soja Asian Spices oder was? Eingewürzt, drei Gerichte, die schnelle Suppe, Pasta oder Bowl. Junge, das sind doch Nudeln. Warum steht das denn hier nicht? Ah, okay. Okay, ich verstehe. Du kannst aus diesem Ding, aus eins, mach drei. Und zwar entweder eine asiatische Suppe, dann brichst du die Nudeln klein und so. Oder du machst eine Pasta, nicht brechen. Steht fett draufgeschrieben. Oder eine Bowl, nicht brechen. Ja, und das sind Azuki-Bohnen-Pasta ist das. Und hat im Vergleich zu herkömmlicher Pasta viel, viel weniger Kohlenhydrate, viel, viel mehr Protein und mehr Ballaststoffe. Und ist glutenfrei. Klingt gut, weiß ich nicht, wie es schmeckt. Schauen wir mal. Next, wir haben von Mesmer einen Cold Tea Sparkling Johannes bei Minze. Wir hatten ja letztens schon einen drin mit, ich glaube, irgendwas mit Ingwer. Und den fand ich nicht geil, weil der hat kaum nach was geschmeckt. Und Ingwer in Getränken mag ich generell nicht. Ne, probieren wir den. Ja, hier ist ein bisschen Marinade dran. Mh, ein bisschen Marinade. Mh, lecker. Ja, also es schmeckt auch sehr wenig. Es ist viel besser, weil ich den Geschmack einfach lieber mag. Aber hat halt einen sehr wenigen, halt, boah, hat sehr wenig Geschmack. Aber es ist ja auch so aufgebrühter Tee. Weiß ich jetzt nicht, wie viel Geschmack man da erwarten kann. Es ist okay. So, dann haben wir... Ja, Erbsen. Finde ich super. Kann man immer gebrauchen. Hier ist noch ein Getränker-Gast. Double Lemon... Ach, schade, mit Alkohol. Alkoholic Mixed Drink with Vodka and Sochu. Sieht aber fancy aus. Gut. Dann haben wir noch Mais aus der Dose. Ohne Salz und ohne Zuckerzusatz. Zusatz. Sehr geil. Dann haben wir von Organics by Red Bull. Ebenfalls mit Marinade. Äh, Easy Lemon. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Noch eine Dose. Und zwar eine fettreduzierte Kokosmilch. Finde ich auch geil. Kokosmilch benutze ich sehr, sehr häufig. So, hier ist eine Sauce. Uh, von Werder Curry Ketchup. Geil. Der sieht so richtig orange aus. Lieben wir. Dann haben wir von Goldberg. Goldberg, whatever. Eine Premium-Cola drin. Das ist auch super. Und hier... Uh, was bist du? Eine Chili Mayo. Geil. Von Miracolub. Cool. Ja. Und eine Sache noch, wie immer, ein Bier. Und zwar das Paro-Pramen-Prag-Rager-Bier. Tschechisches Bier. So. Das war's. Which means, wir haben noch die Degu-Sauberbox. Okay, seid ihr bereit? Feiern wir hier auch irgendeinen Geburtstag? Glaube nicht. Na, guck mal. Super. Okay. First of all haben wir von Saltlets diese Mini-Bagel mit Kräutern, Saaten und Sauerteig. Die sind sehr süß. Dann... Ach, das hatte ich doch letztens auch drin. Das war ein Gewürz. Ja, das ist jetzt Bio-Ursalz, mediterran-inspiriert. Ich mag das. Ich mag generell Gebürze gern. So macht... Uh, Nerd. Voll dir das ja ewig nicht mehr. Watermelon Cherry. This I would like to try. Nichts leider an der Stelle, wo man es aufmachen soll. Nicht auf. Boah, Bruder, warum bist du so? Falls ihr noch keine Nerds probiert habt. Das sind eigentlich... Ja, ich hab's einfach kaputt gemacht. Ich bin einfach talentfrei, wirklich. Äh, das sind so wie so kleine Zuckerkügelchen, die aber, ja, relativ sauer sind. Alter, was ist das für eine Scheiße? Boah, wer hat sich das denn ausgedacht? Und ich hatte schon häufiger Nerds. Das ist so eine dumme Kacke. Boah, nee, du bist mir jetzt wirklich so egal. So, also rot. Ja, jetzt hab ich's halt kaputt gemacht. Deswegen kann ich's jetzt nicht so geil trennen. Das sind auf jeden Fall so kleine Kügelchen. Und dann macht man einfach diesen. Oh, hell no! Ich gucke das hier in den Ausschnitt. Mh, geil. Wirklich, als würde man auf Zucker kauen. Minimal andere Konsistenz. Aber dann halt so einen geilen sauren Kicken noch. Geiler Geschmack, ja. Ist super. Nerds. Kurze Nerds-Schulung. Dann haben wir eine Treats Bar. Das erinnert mich immer voll an Reese's. Das ist The Peanut Company. Also so ein Erdnuss-Schokoriegel. Dann haben wir hier ebenfalls noch so was Nuss-Mixiges. Und zwar Street Food Snack Mix, Beef Nudel-Style. Vietnames inspired with Peanuts and Rice Snacks. Das scheint nicht so mega scharf zu sein. Und es ist vegetarisch, obwohl es nach Fleisch schmeckt. Okay, erst klar. Es hat keine Chilis drauf. Ich glaube, ich sterbe... Oh, no, 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 no. Sterbe nicht, wenn ich das esse. Was ich ja liebe sind wirklich, das gibt's oft im Flugzeug. Diese kleinen Reisdinger, die da drin sind. Hm, geil. Was ist das? Das ist ja was für eine kleine Kartoffel. Dann haben wir hier sowas wie eine Banane. Geil. Und Nüsse. Nicht so geil. Also, ich mag nicht so gerne Nüsse. Aber herbegeile Mischung. Schmeckt nicht noch Beef. Schmeckt einfach lecker gewürzt. Aber ich liebe diesen gepufften Reis. Ja, wirklich sehr lecker. Sehr lecker gewürzt. Was ist denn da drin? Warte mal. Mischung aus beschichteten Erdnüssen und Reiskrackern mit Rindfleisch-Nudel-Geschmack. Erdnuss? Letztendlich. Ja, keine Ahnung, irgendwas aufgepufftes. Dann haben wir hier von Curtis Brothers. Mit denen hatte ich mal eine Kooperation. Low Fat More Taste. Die New York Pommes Soße. Die habe ich sogar letztens im Regal gesehen und dachte mir, wie hübsch ist diese Verpackung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Bin ich sehr gespannt. Wird bestimmt lecker schmecken. Eine Dose. Mandarinen-Orangen. Gehen auch immer zum Backen oder so. Geil. Haben wir hier noch ein Ostmann-Gewürz drin. Und zwar Letztu Avocado. Bei Ostmann muss ich immer an Sturmi denken. Weil er ja immer eine Vorhobmittel hat. Wow, was ist das denn? Boah, Pfanner. Mystery-Eistee Teil 1. What the fuck? Hä? Wie unsere Mystery-Edition schmeckt? Natürlich fresh. Wonach sie schmeckt, musst du rausfinden. Hä, wie wild ist das denn? Also hinten steht drauf, Teegetränk mit Meerfruchtgeschmack. Direkt aufgebrüht aus Holunderblüten und weißem Tee. Lecker. Es schmeckt auf jeden Fall nach Holunder. Ich bin nicht so Holunder-Fan. Ich finde es okay. Würde mir das jetzt aber nicht kaufen. Es ist lecker. Ja. Holunder schmeckt man auf jeden Fall. So, dann haben wir hier was wieder von Natuko. Und zwar eine Sauce Hollandaise zum Anrühren. Sehr cool. Da kommt einfach nur Butter dazu. Und wahrscheinlich Flüssigkeit. Und last but not least haben wir eine Bionade drin. Und zwar die Naturtrübe Blutorange. Das ist doch cool. Jetzt habe ich den ganzen Tisch mal mit Lebensmitteln stehen. Aber das waren sehr coole Boxen, muss ich sagen. Also wirklich tolle Produkte. Kann ich mich nicht beschweren. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls ihr eine Box abonniert habt. Oder vorhabt, eine Box zu abonnieren. Schreibt mir das auch gerne mal. Finde ich sehr interessant. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Piu. Krasse Abgang meinerseits, würde ich sagen. Okay, tschüss.